Ihr seid auf der Suche nach einem deftigen Gericht und lecker darf es auch sein. Genau so ging es uns auch und wir haben reingeschaut in Omas Rezeptbuch. Und was haben wir gefunden? Einen Krustenbraten vom Schweinebauch mit einer Käsefüllung. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! Unsere Zutaten, das Wichtigste ist natürlich ein Stückchen Schweinebauch. Ich habe mir von dem Schlachter hier schon mal die Rippen und den Knorpel herausschneiden lassen. Das perfekte Stück überhaupt. Die Schwarte hier, die wird nachher zur Knusperkruste. Und weitere Zutaten für die Füllung sind drei Zwiebeln, vier Esslöffel Senf, ein bisschen Thymian und Rosmarin. Damit ich überhaupt eine schöne Füllung bekomme, habe ich hier ein bisschen Panierbrot. Da kommt ein Ei dazu. Und als Käsefüllung habe ich mich für einen Shatterkäse entschieden. Da könnt ihr natürlich den Käse eurer Wahl nehmen. Da geht vieles. Wir fangen jetzt an mit der Schwarte. Die muss runter. So, wir nehmen vorsichtig die Schwarte herunter. Da die relativ fest ist, kann man mit dem Messer Richtung Schwarte unterwegs sein. Und die Schwarte führt praktisch das Messer. Aufpassen, dass ihr euch dabei bitte um Gottes Willen nicht schneidet. Macht es langsam. Wirklich ganz, ganz langsam. Nicht ins Fleisch hineinschneiden, sondern wirklich nur immer so ein bisschen Richtung Zimmerdecke mit dem Messer an der Schwarte längst schraben. Das machen wir so lange, bis sie komplett herunter ist. So, und auch den letzten Schnitt. Und runter ist sie. Also, das sieht doch ganz gut aus. Hier habe ich einmal hineingeschnitten. Das ist aber nicht schlimm, weil aus dieser Schwarte machen wir gleich unsere Kruste. Und damit fange ich jetzt auch an. Ich schneide mir die Schwarte jetzt einfach mal in vier gleichmäßige Stücke. Mit einem scharfen Messer hier überhaupt kein Problem. Diese Schwarte hier, die gebe ich jetzt in kochendes Salzwasser hinein, damit die Schwarte ein bisschen vorgegart wird. Dann kann ich sie später noch leichter schneiden. Und sie wird mir ganz zum Schluss im Ofen noch deutlich schneller knusprig. Das Schlimmste ist getan. Jetzt müssen wir nur noch den Schweinebauch noch einmal in der Hälfte halbieren, weil wir wollen ihn ja aufrollen. Und je flacher das Stück ist, desto einfacher gelingt das. So, damit wir den Schweinebauch halbieren, gehe ich an der Seite mit meinem scharfen Ausbeiner einfach hinein und schneide immer weiter den Schweinebauch in der Mitte auf. Geht es durch die verschiedenen Schichten durch. Wichtig ist, dass man in der Mitte bleibt. So, das meiste ist geschafft. Aufpassen hier am Ende, dass wir nicht wieder öffnen. Und ihr seht, ich habe hier und da einmal ein bisschen Pech gehabt, weil das Messer so scharf ist oder weil ich geträumt habe. Ist aber nicht schlimm, weil wir rollen das Ganze sowieso gleich wieder auf. Und schon haben wir einmal unseren Schweinebauch verdoppelt von der Grundfläche. Können wir gleich wunderbar aufrollen. So, der Bauch ist halbiert, unsere Schwarte kocht. Machen wir jetzt schnell die Füllung. Dazu schneide ich mir erstmal die Zwiebel in möglichst feine Würfel. Und meine fein geschnittenen Zwiebeln, die gebe ich jetzt auf unser Panierbrot. Können wir gleich das Ei dazu geben. Das Ganze kräftig würzen mit Salz und Pfeffer. Geben wir auch gleich unsere nicht unbeträchtliche Menge Senf hinein. Schau mal, mit so einem Silikonwerkzeug kann man schon vernünftig arbeiten. So, auch drinnen. Und Thymian zupfe ich mir nur so ein bisschen was rein. Passt auf, dass ihr da die Stiele nicht mit hineinbekommt oder diese kleinen feinen Äste. Einfach nur so runterzupfeln, da reicht mit Sicherheit so ein Ast. Und der super frische Rosmarin hier, da reicht mir auch die Hälfte. Und da ich es hasse, auf Rosmarin herumzubeißen, auf diesen Tannennadeln, hacke ich mir das mit einem schönen Gemüsemesser einfach mal eben klein. Je feiner, desto besser. Kommt das da auch gleich mit drauf. Jetzt eine Idee aus dem Hause Großmutter, Käse da hineinzugeben. Wie gesagt, ich habe mich heute für Shatter entschieden, weil der bringt immer eine schöne Farbe und ist ganz aromatisch. Das Ganze verrühren wir jetzt zu einer glatten Masse. So, die Füllung ist auch schon fertig. Und unser Fleisch hier, unser Schweinebauch, der muss natürlich dringend gewürzt werden, weil nur die Füllung, das reicht nicht vom Geschmack her. Also kräftig würzen von innen mit Salz und Pfeffer. So, und darauf verteilen wir jetzt gleichmäßig unsere Füllung. Hier am Ende lassen wir mal so einen Streifen frei, weil das Fleisch muss ja auch noch ein bisschen übereinander liegen, damit die Füllung nicht gleich beim Braten herausquillt. Haben wir so einen kleinen Teppich. Und jetzt rollen wir das Ganze relativ eng auf. Richtig schön stramm aufrollen. Perfekt. Jetzt habe ich ja mein Ende unseres Fleischstückes hier unten liegen. Ich möchte das jetzt aber vernünftig spießen. Deswegen drehe ich mir das nach oben, dass das Ende jetzt hier oben ist. Dann weiß ich auch, dass ich das auf jeden Fall vernünftig durchspießen kann. Und das Ganze machen wir jetzt so ein bisschen schräge, damit wir das Fleisch auch noch vernünftig auf unser Backblech bekommen. Kleiner Tipp nochmal. Ihr solltet jetzt die Spieße gleich so hineinsetzen, wie ihr später auch eure Scheiben schneiden wollt. Also die erste ist ja sowieso immer so ein bisschen krumm. Aber das hier, das wird so eine perfekte Scheibe. Und genau so mache ich jetzt halt auch meine Spieße, dass ich direkt dazwischen schneiden kann. So, und auch der letzte hier am Ende. Aufpassen, dass man sich auf der anderen Seite nicht in die Finger sticht. So, ui, da ist aber ordentlich Material. So, was jetzt noch fehlt, wir müssen das Ganze natürlich auch von außen nochmal würzen. Auch hier von allen Seiten Pfeffer und Salz drauf. So, und diesen feinen Braten hier, den geben wir jetzt auf das Backblech aus dem Hause Hoffmann. Das Besondere an diesem Backblech ist, dass es absolut plan ist. Das ist schon mal sehr gut. Und es hat, wie die Töpfe auch, sehr, sehr, sehr viel Material. Und es ist beschichtet, sodass unser Braten auf jeden Fall nicht drauf kleben wird. Und wir können es wunderbar reinigen. So, die Schwarte, die wir jetzt hier 30 Minuten vorgekocht haben, die geben wir jetzt hier auf ein Schneidebrett. Und die schneiden wir uns jetzt in Rauten. Die Schwarte ist geschnitten. Und die gebe ich jetzt einfach hier in meine große Pfanne hinein. Weil die Pfanne hat den entscheidenden Vorteil, ich kann den Griff abnehmen und unseren Rollbraten, den schieben wir da unter im selben Arbeitsschritt. So, und das Ganze geht jetzt in den Ofen hinein bei 170 Grad für eine Stunde und 30 Minuten. Und dann schauen wir mal wieder hinein. So, die Zeit ist abgelaufen. Wollen wir doch mal gucken, wie das hier aussieht. Aha, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt haben wir in der Pfanne hier ja noch unsere Kruste. Die ist zwar, wie man hört, knusprig, aber die wollen wir jetzt noch ein bisschen auftosten. Und damit uns die nicht durch die Gegend fliegt, setze ich da jetzt einfach mal einen Deckel drauf. Richtig volle Hitze. Und in der Zwischenzeit schneiden wir das Fleisch ab. So, jetzt wollen wir den Braten mal aufschneiden. Ich mache es jetzt mal direkt durch die Mitte. Beste Beilagen hierzu. Frische Bratkartoffeln und ein Krautsalat. Wie das funktioniert, blenden wir hier gerade mal eben ein. Jetzt kommt der Schnitt durch die Mitte. Aha. So, schaut mal. So darf doch mal ein Spießbraten aussehen, oder? Richtig schön saftig. Wunderbar. Da brauchen wir unbedingt noch eine zweite Scheibe. Und man sieht, ganz prima, es ist ja Schweinebauch. Und das ganze Fett ist hier wunderbar ausgebraten. Der zergeht auf der Zunge. Super zart. Hm. Mein Gott, ist das lecker. Richtig gut. Jetzt mal eben die Kruste. Achtung, spitzt die Ohren. Spießbraten und trotzdem Kruste. Ist das genial? Hm, lecker. Wem das gefällt, der möge uns ein Däumchen nach oben geben. Abonniert den Kanal. Tamen freut sich auf diesen Braten, oder? Ja, auf jeden Fall. Und? Wir haben euch lieb. Ich habe schon gedacht, da kommt nichts mehr. Tschüss, ihr Süßen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020